Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es hier mal eine richtig geile Auswahl an verschiedenen Raketen. Salud-Raketen, Effekt-Raketen von Funke und Nico. Richtig geil hier bei der traumhaften Abenddämmerung. Und dann würde ich sagen, zünden wir jetzt mal hier ein paar durch. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! So Freunde, dann starten wir jetzt hier mit den Raketen. Richtig schön druckvoll, richtig geil. Nico-Börster-Rakete, richtig schön. Alter, nicht so hochgegangen, geiler Zelliger. So Leute, weiter geht's mit der Sternen-Rakete. Gold und Blau von Funke. Absolut idel. In der Abenddämmerung. Ganz anderer Zelliger wie bei der Nico-Rakete. Hammer! So, dann haben wir wieder von Funke hier eine Silber-Rakete mit dem Effekt Kamuro. Sehr edel. Der Aufstieg ist auch hier wirklich sehr schön. Also wirklich Shell-artige Zelliger. Wahnsinn, habe ich gar nicht aufs Bild raufgebracht. Absolut top diese Teile. Weißblinker und Rot. Oh ja. So, wieder von Funke. Richtig geiler Effekt. Weißblinker und Rot. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Herrlich. Nico-Rakete Turbo in Blau. Auch sehr schön. Jetzt richtig geile Rakete. Silber-Cracker mit roten Dahlien-Sternen. Auch absolut edel. Let's go. Gewinkelt geschossen in die Abenddämmerung. Schellartige Zerleger. Unglaublich. So, jetzt haben wir noch fünf Raketen. Eine Salud-Rakete, die haben wir jetzt mal raus. Hier die Sander-Kong-Rakete. Auch richtig geil laut. So, dann machen wir hier noch die letzten Hülsen runter. Und dann hauen wir die anderen raus. Dann haben wir jetzt von Funke Silber-Raketen mit dem Effekt Druck-Hart-Bunt. Alter Schwede, die Standzeit, die Standzeit, die Ausbreitung, Wahnsinn. Dann haben wir jetzt noch hier als vorletztes noch mal eine Turbo-Rakete von Nico in Blau. Und dann haben wir jetzt noch mal eine Turbo-Rakete. Und jetzt zum Abschluss die letzte Rakete für heute und zwar Cracker-Rod. Richtig geil. Richtig geil. Von Funke. Richtig geil, Freunde. Das war's jetzt. Jetzt ist alles weg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So sieht man es richtig schön. Like dafür. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Verpasst kein Video mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und Servus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.